Dann hallo auch auf YouTube. Wir sind in einer neuen Aufnahme- beziehungsweise Streaming-Session. Guten Morgen nochmal an alle. Und ich weiß nicht, was hier hinter mir abgeht. Irgendwer redet da. Ach, wir sind im Lager. Guckt mal. Ist eine Weile her, dass wir gespielt haben. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie das Spiel hier funktioniert, ne? So, ähm, haben wir noch irgendwas zu erledigen? Ach ja, wir hatten ja dieses wunderbare Kopfgeld. Nee, ne? Okay. Wir wollten jetzt irgendwas starten, hatte Dutch gesagt. Naja, dann gehen wir jetzt mal zu Dutch und starten mal irgendwas. Ich muss nur mal ganz kurz gucken. Das war das. Okay. Gut. Ich glaube, ich kann das Spiel noch. Snacken wir mal was rein. Fang gleich mit einer Dutch-Mission an. Was soll passieren? Okay. 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 Watching and, and waiting. I've, I've tested it as well as I can. It's the right plan. I know. I just, well, between you and me, I'm nervous. I suppose, I suppose that's it. You're never nervous. That's been my job all these years. I know. Okay. Jim. Look, the bank, Karen, Tilly, Abigail, I sent them all. They all say the same thing. There's no more than one armed guard. And the police? It's a city. They're police. But as far as we can tell, the patrols will all be going this way when Abigail and I cause the diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. We linger around here. We know we're dead. But the plan? We got a decent bunch. We know how to fight. The city cops don't seem so tough as long as we move fast. I reckon doing it in the day with a distraction. That's what Jose is saying. It's as good a plan as any. I, I think I agree. We do it at night. There's the dram of just getting into the bank. Can't do that silently. Nope. Pick us off far easier. I know. I'm, I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. You're right. Let's rob this bastard. Everyone, get ready. Look smart. Travel light. You got everything, Arthur. You got everything. So. We rob ourselves a bank. And within six weeks we're living life anew in a tropical idol. Spending the last of our days as banana farmers. Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank. Yeah. Hey. Hey, hau mir eine Bank aus. Was soll schon passieren? Ich hab keine Bank. Ich hab keine Bank. Was ist das Geld in Blackwater? Wir werden es einfach nicht verlassen. Forget das. Es ist weg. Wir sprechen nicht wie es der einzige Geld in der Welt ist. Wir werden das und mehr nehmen. Wir nehmen es von den Menschen, die von uns nehmen. Das ist keine Hick-Town-Hundert-Dollar-Operation. Das ist eine große Stadt-Bank. Genau. Mit Sicherheit? Garten, Polizei? Hosea hat seine Erinnerung gemacht. Wir sind über das. Der Plan. Eine letzte Zeit. Hosea und Abigail, die Polizei aus. Wir gehen ruhig und schnell. John und Lenny, stecken die Fronten. Javier nimmt die Seite Exit. Bill, Micah und Charles, kontrollieren die Leute. Ich und Arthur, mit dem Bankmanager und Volk. Ich habe das? Ich habe das. Gut. Okay, das ist genug. Talk! Gentlemen, let's us go ahead. How long do you need? Not long. Fifteen minutes or less. You'll know by the noise. Any problems? The see in camp? Good luck, gentlemen. Right on! Yeah! Everybody know the drill. We head in hard and stay calm. They won't be expecting us. Any mind or trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You good, Bill? Sure. Then ride on with Charles. We don't want to be seen heading in like some posse of country outlaws. This is it, cowboys! One more time! Well, one more time. Let's ride! Oh, man. Nice and easy through town now, boys. There's Bill. Let's hitch up here. There's Bill. There. Gentlemen. Robbing thieves? It ain't no crime at all. Folk like this. They stole what this country could have been. Stay cool, fellas. Back natural. Wait for Hosea to do his thing. Hmm. This... This would better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John. Will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. Okay. 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 Das war die Ablenkung. Komm. Krass. Oh, okay. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache, ne? Ich möchte das einmal sagen. Helmut, ich bin gleich wieder da. Oh Gott, wartet mal. Kann ich noch eine Waffe von Helmut mitnehmen? Please? Ich, ich hätte gern einfach nur noch eine Waffe. Ich geh doch nicht ohne Waffe eine Bank ausrauben. Was ist mit euch? Opsi, Entschuldigung. Wo ist das Opsi hier? Mach hinne. Open the farm! Come on! Let's make this quick! Come on! Forget all the drawers and just get those safes open! I need the combination for these safes! Just tell us the combination! Come on! Got it! Okay, now. What's the second number? 72. 72! Okay. Alright, should be one more number. The last number. Come on! 54! Okay, I'm in! Holy shit! They were joking! Look at that! La la la! Get out of here! We got trouble! Looks like the law! Come on! Let's go! Hallo, wir haben noch gar nicht viel ausgeraubt! What the- What the- What the- What is the- Oh- 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 Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friend go. Or folks, they are going to get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains. No more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. That Hosea shot. It's a Mosea, Chosten. What? This is a Mosea. Shoot it. Not letting them through that door. We really need a play here, Dutch. I'm working on it. Oh, damn it. What is it? Of course it is. He's dead. I don't want to break it. Give me a hand up. Wagons coming to the left here. There's a goddamn army of them out there. You want jail? Drop the cops now. Wah, 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 wah. Son of a bitch. You'll be joining Mr. Matthews soon enough. What if they got out of here? That bastard would have shot at us, he did. Shit. I hope you love him. We don't really want to do this the hard way. Where are they all coming from? This is Thurston Blackwater. Cover every exit. You robbed your last bank, Dutch. Farzer, you alive? Just about to get over here. Mark it, Arthur. That is not what I want to do. You hear him right now. For Christ's sake, Arthur, get over here. How the hell are you? There's no way that we're getting out that door. Take this and walk home through that wall. Get killed here. Okay? Okay. Na, aber... Ist das jetzt schon an? This was my life. There's no... Oh my god! Ah, ich würde gerne mit mir rufen. Hallo? Aha, das ist gut. Das wird wohl die nächste Gäste. Ja, genau. Ich stehe jetzt wieder in keinem Klammer. Sag mal, was ist denn jetzt hier? Was ist denn? Was schießt denn doch jetzt mal? Was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Ich hätte das alles mit der Pistrone machen müssen. Und? Was sollen wir denn hin? Was ist denn? Kacke. Was hätte ich denn jetzt gerade... Ich habe es gerade nicht gerallt, was ich jetzt hätte tun sollen. Dutch ist gestorben. Okay. Warum ist Dutch gestorben? Wie? Für gar nicht nix. Hä? Was hätte ich denn jetzt machen sollen? Die werden den Gang beschäftigen, oder was? Bin verwirrt. Was hätte ich denn? Das ist doch jetzt halt. Dem habe ich die Rübe weggebrannt. Entschuldigung. Okay, der Rübe ist weg. Warte. Okay. Okay. Lenni! Wieso habe ich... Wieso habe ich... Oh Gott. Jetzt habe ich wieder meine Waffen nicht. Sie haben Lenni erschossen. Lenni. Lenni. Er ist tot. Oh Gott, nein! Es gibt nichts, was wir tun können. Wir müssen weitergehen. Komm! Ich habe die Tür. Lenni. Arthur, könntest du aufstehen? Wir sollten gehen. Ich hätte gerne eine von den Waffen. Okay. Okay. Wir müssen weitergehen. Wir müssen uns wiederkommen. Wir müssen uns in den nächsten Minuten zu werden. Arthur, du gehst. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Ja, da kann man manchmal einfach nicht die Tassen drücken. Sie wussten wir kommen, wie dein Ferry-Job in Blackwater. Das ist nichts wie das. Was jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Diese Stadt ist voll mit Fähigkeiten. Wie lange werden wir hier bleiben? Ein paar Stunden? Wir gehen zurück zum Kampen. Sie werden alle letzten von uns bekommen. Ich weiß, sie werden die Straßen sehen. Ich habe es. Ein Boot. Was sollst du hier? Wir bleiben hier bis die Nacht. Dann gehen wir nach den docken. Wir gehen uns aus hier raus. Ja, woher? Das ist alles. Das habe ich. Wir gehen. Wir liegen. hoch. Wir kommen zurück für den Rest in ein paar Wochen. Ich glaube, es ist das. Wir sterben gerade jetzt. Genau. Jetzt, alle. Calm down. Ich meine... Schau an uns. Irgendwer hat uns anscheinend verraten. Okay. Follow me. And keep your heads down. Follow me. Head for the guards. memm. Schau an uns. Schau an uns lasst. Schau an uns. Schau nur noch gerade eine Minute. Schau an uns. Schau an uns. Schau an uns. Und keep quiet. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen durch die Trennen gehen. Follow mich. Someone ist gekommen. Look out auf der Seite. Stay low. Hör, ist auf einmal nach vorne gesprochen. Alter, Arthur, was machst du? Bleib unten. Mach gerne. Cookie, Cookie. Okay. Bleib unten. Da, du willst rum? Ja, dann weiter. Da haben sie ein bisschen eilig. Was? Wieso muss ich das weg? Ja. Toll. Wieso muss ich das weg? wieder machen. Das ist voll unfair. Wo kommen die denn jetzt rum? Ich bin sicher. Quick, get in cover and stay out of sight. We've wasted enough time on these fools. Spencer said. See them? Sure. What do you think? I don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Well, they ain't just waiting there for no reason. Yeah, let me think for a second. I'll deal with them. What? How? I can't kill all of them silently. So, when they chase me, you go the other way. What are you talking about? You heard what I said. Oh, I like it. Real brave. Ach, Charles. What in the hell? Who is... Excuse me, buddy. Hey, stop. Stop, stop. That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Charles, nicht auch noch? Hallo. Martha, kannst du mal dich bewegen? Danke. Wie schnell ist denn Dutch? Das ist ein alter Mann. Junge. Junge. Das sind alleли. Fuck. Oh, sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John, Lenny, Jose, that wasn't good. I know. So what are we going to do now? Guess I'm going to introduce myself to the captain, give him some of this gold to secure his silence, and find out where we're heading. How do I look? Like a shifty, no-good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, it's going to take a little more gold, but I think we're going to be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander. from the Cape. The rest of the ship is Frenchman. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're going to be able to slip a shore in northern Cuba in a couple of days. That's so. Apparently. What are we going to do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our families. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves and this is Don and Dustin. Let's hope so. I ain't no sailor, but, uh, that cloud looked like good news to you. Ach, jetzt fragst du mich nach automatischem Speichern. Ja, mach mal. Guten Morgen, Basher-Kind. Aber wir sind doch Mr. Morgan, nicht Marfst. Wake up, wake up, wake up. I don't know, but we are getting on by this post. Come on. Would you get a move on, you sleep me, bastard? Lord, help me right behind you. Mir ist krank, sieht so ein bisschen aus, ne? Oh, shoot. It hurts. It hurts! I'm okay. You? Yeah. This ain't moving. No. Yeah, you go on ahead. Try and find another way. Oh, goddammit! Arruf zur Hölle, brennt unser Schiff? Arruf. Arruf. Arthur! Arthur! Get the fish out of the scythe! After! Arruf! Oh, ich würde sagen, der kann sein. Ich glaube, wir kommen nicht nach Kuba.